jo leute und was geht heute wollte ich euch dieses faq vorstellen und ja bevor ich hier mit den fragen anfangen es wird wahrscheinlich eine kleine komplikation geben bei den ua verlosungen weil mein kollege als mein moder der hat jetzt ein bisschen komplikationen und auf jeden fall wenn die ua kommen auf jeden fall aber es kann ein bisschen dauern aber ich weiß auf jeden fall schon die drei gewinner und ja da kommen wir jetzt mal direkt zur ersten frage leute was hältst du von animes was ich von animes halte naja sie sind für jede person was anderes für mich sind sind die animes irgendwie keine ahnung zu langweilig also ich wäre jetzt nicht sagen gegen diese fans der gestaltung oder so aber für mich sind die ein wenig langweilig wegen ich brauche bisschen spannung in paar serien und ja der nächste fragt zähle drei deiner besten rapper auf also der erste rapper ist nimo der zweite olex ich weiß nicht ob jemand von den zwei jetzt schon kennt und der dritte ist kapital ich weiß nicht ob jemand den kennt auf jeden fall das sind meine drei besten leute ja und der nächste fragt wie alt bist du also ich werde 16 ein paar wochen und ja so jetzt bin ich 15 hättest du gedacht dass du so groß auf youtube wirst fast 200 abos also ehrlich gesagt nicht weil ich habe richtig klein angefangen also das war ja unglaublich mit 15 abos und danach letztes jahr 15 abos und dieses jahr fast 200 also von so viel 200 abos hätte jetzt wirklich nicht gedacht und ja auf jeden fall bin ich euch sehr dankbar und fast habe ich ja die 200 und ab 200 kommt ja die mega verlosung mit diesen fünf jahr am zwölften vierten und ja also ich weiß auf jeden fall schon den gewinnern und also von daher freue ich mich auf jeden fall für jeden abo abo und weiter so hin bleibt schön auf meinem kanal also es werden jetzt auf jeden fall mehr gta videos wiederkommen ich hatte nach langer zeit kein gta hatte auch irgendwie keinen bock weil es jetzt langweilig war aber jetzt macht wieder spaß mit den neuen updates und so und ja dann fangen wir jetzt mal mit der allerletzten frage an was sind deine lieblingsspiele also mein erstes lieblingsspiel ist gta mein zweites ist bo3 mein drittes ist ähm ich weiß nicht ob ihr das kennt aber das need for speed das neueste was letztes jahr rauskam und ja sonst eigentlich theoretisch nichts mehr also ich spiele eher so rennspiele aber bo3 naja es geht's auf jeden fall auf jeden fall leute das war's auf jeden fall mit diesen faq es ist ein kleiner faq gewesen aber ich hoffe dass er euch gefällt und ja die onlockalls kommen auf jeden fall und die verlosung mit den 50 euro psn kommt am 12 vierten also seid gespannt und ja haut rein ciao auf jeden fall